herzlich willkommen ich bin auch wieder am start ich habe jetzt gerade mein video gestartet deswegen einfach so ist hier nichts okay okay wo ist die sonne wo ist die sonne entweder ich bin gerade blöd oder du bist blöd ich hab's ich hab's ich komm gleich mal zu dir ja wir treffen uns gleich zack zox ist erster oder ok ja 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 da ist auch schon lichtle helferlein seh ich schon leute ich heiße jetzt die seers und hat mir mal so ein spinn skin geholt keine ahnung weil ich schon in der bots moritz ich sehe schon in der bots ich fliege in die richtung kuso siehst du moritz spots ja ich sehe die bots genau okay dann fliege einfach dahin und wir treffen uns dort lichtle helfer genau ein einmal lichtle helfer schon oh ist diese jax tot gegangen ach so da heißt du das agario bots agario bots.ovh da ist da ist diese jax ist da einfach so da ist agario bots.ovh jetzt checken die leute wieder warum nicht warum wir uns darüber aufregeln war richtig gut jetzt fliegen die bots plötzlich in die andere richtung ich glaube crystal spielt mit kann das sein ich glaube crystal spielt ja toll dann hat der jetzt aber irgendwie 200 irgendwas wahrscheinlich oh übel wie es hier abgeht so ja genau gib mal gib mal jetzt hier ordentlich mit er klatschert die mal genau so gemacht wo bist du gemacht oben links ah ich seh dich hier 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 genau lichtle wird auch gegattert hier zack 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 ne nicht ach so leute ganz kurze umfrage sollen wir alle gegen alle spielen das heißt jede gegen jeden in terms also jetzt in bezug auf andere lichtle leute im spiel oder sollen wir mit allen teamen das ist halt schwer zu teamen probiert zu teamen und wenn halt einer gefressen wird dann hat er halt pech gehabt sehr schön wow das war gut lichtle fütter mich easy schön wie wir erst mal übel auf ihn rauf sind ich es oh ja schön ich wollte lichtles kleines teil lassen aber ja alle gegen alle alle gegen alle ffa alle gegen alle alle das scheint ja alle gegen alle zu sein ich weiß nicht hier wartet mal ich gehe in den virus ja ich glaube es fliegen bots in ihnen ich kann es nicht sagen nee nee die sind von mir guck war die gute kommer ja ja ich frage mich halt nur ob es der echt ist weil ich hab halt schon wieder kein also ja sehr geil also ich denke auch schön schön die viruses kaputt machen kommen auf die andere seite von mir lichtle ja klar achso crystal ist von uns ja wow moritz oh man ja ich würde mich gerade hochspitten dass du das getterst kein ding ist kein ding ist nein nein ich fliege wieder zu dir hashtag fliege alter hashtag fliege ich geh weg ich gehe kein risiko ein alter ist der crystal von uns oder was ich weiß es nicht egal schreibe vielleicht mal in skype wenn du es bist okay ich bin tot schreib in skype oder targetting herr zurückgruppe wir müssen sie in moritz Guanow vergleichner rechts unten sich popular 21 ja ich bin auf eines wiens und so näher zu gut so gehen wo wateräääääääääääääääääää Ok überlebts sehr schön WWar service Lichteller dass Metroid der gibt wo ich gerade irgendwie Masse ja sehr schön danke Da ist Nye und Ker. Alter, du Low, Alter. Unten rechts, wo wollten wir uns jetzt treffen? Guso-Helfer. Moritz, gibt es noch eine neue Seite? agario.bots.ovh Nein. Weil da fliegen Bots damit herum. Wie heißt die? Warte, ich schau. agario.bots Wie heißt die? Oh, jetzt wird es bei mir richtig knapp. Aber agar.bots.net immer noch bester Service. Warum? Weil wir 200 Bots haben. Weil die 200 Bots haben, Alter. So, warte. Pass auf, Moritz. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich bin ganz klein. Ich habe gerade die Seite geguckt. Moritz, wo bist du? Hier, TYT Lichtle. Hier ist er. Die gibt es nicht, die Seite. Wo bist du, Moritz? Ich bin gerade ganz rechts oben. Wow, ich will die ganze andere Richtung. Komm, komm her, komm her, komm her. Bleib hinter mir. Bleib hinter mir. Guso, ich bin nicht bei dir. Doch. TYT Lichtle. Achso, das bist du nicht. Ja, okay. Ich dachte schon, Alter. Ja, schade. Da ist DZ. DZ. Nice. Moritz, bitte. Wir müssen uns treffen. Es ist uns echt langweilig. Ja, oben rechts. Wie gesagt. Um rechts, ja. Fliegen nach links. Fliegen nach links. Ja, okay, da ist Shadow. Ist das der echte? Ich weiß es halt nicht. Fliegt direkt nach links. Ja, ja, bin gerade dabei. Digga, wenn man Level, Facebook Level 90 ist, gell? Ja. Gibt es einen extrem geilen Skin. Okay. Hab ich noch nicht gesehen. Da, D6. Hier, DZ. Nein. Moritz, hier, unter dir. Wow. Feed mich. Ja. Ich komm auch zu euch. Wir sind jetzt eh tot. Wow. Ey, Mann. Ich hätte gesagt, dass wir direkt eh sterben wegen dem neben uns. Deshalb links, deshalb konnte ich auch die ganze Zeit eben nicht nach links kommen. Links oben wieder. Links oben wieder. Okay. Boah. Ja, danke, Lichtlehelper, dass du mich essen willst. Lichtleboss, komm. Komm, Lichtleboss. Gib mir deinen einen Teil. Also, ich bin, ich hab jetzt schon wieder, ich denk mal, 1000 oder sowas Masse. Und ich bin ganz links. Oh, mein Gott. Die Leute fressen mich die ganze Zeit. Ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen undercover. Hier, Lichtle, Lichtle. Hier, komm, komm. Bist du hier richtig? Oh, warte, bist du das? Ja, das bin ich. Ja, siehste, geht doch. Direkt neben dir gespawnt. Sehr schön. Ja, siehste mal. Okay, jetzt müssen wir nur noch Moritz finden. Ich bin gerade da, wo du eben gestorben bist, Lichtle. Weißt du ja noch, oder? Ungefähr. Guso, Fullsplitten. Nein, doch nicht. Wenn du sagst, Fullsplitten. Das könnte sogar der echte Shadow sein, ja. Ich hab den echten Shadow gefunden hier. Ich bin zumindest... Oh, und hey, Lichtle nimmt mich erstmal. Fuck life, genau, Alter. Fuck life. Hier, jetzt sind wir alle zusammen, genau. In der Ghetto-Freakshow. Shadow isst euch. Nehmen uns, nehmen uns, nehmen uns. Da ist was richtig schön leckeres. Dankeschön, gerade im richtigen Moment. Ah, das ist der echte Shadow. Nein, ist okay, passt. Ja, dankeschön, Lichtle. So, und jetzt müssen wir hier richtig Amok gehen, oder? Hier, ja. Alter, ich hab mich schon wieder mega erschreckt dran. Ich weiß nicht, ist das der echte Crystal oder ist das ein Faker? Der hat mir nicht in Skype geschrieben, also tun wir so, als wäre es ein Faker. Genau. Okay. Moritz, wo bist du? Hier, splitter dich in mich rein. Ich versuche gerade wieder zu euch zu kommen. In mich rein. Warum? Crystal splitten. Ja, und jetzt kannst du mich haben. Warte. Was? Ja, genau. Wegen dem TYT-Lichtle hab ich noch ein bisschen Angst. Ne, ne. Der ist safe. Der ist safe. Okay, Moment. Was ist mit Shadow? Ich glaube, wir machen gerade irgendein extremes Fünfer-Team oder so. Passt. Du kannst meinen kleinen Teil lassen. Mehr, 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 mehr. Gerne. Sehr schön. Sehr gut. Splitter dich nach oben. Nein, nicht in Guzo. Swag. Oh, der Server lag. Oh, ja. Server geht, der Server geht ja. Ich glaube, Server ist abgestürzt. Oh, schade. Jetzt, wo es gerade gut lief. Ich sehe eure Bots nicht. Hast du ihn? Ah, doch jetzt da. Nice, nice, nice. Wie er sich freut, Alter. Freut sich fast so nicht. Die haben gerade richtig den Fehler. Wow, wie groß du bist. Die haben gerade richtig den Fehler gemacht. Gut. So, wir sind jetzt schon mal relativ groß, immerhin. Ich glaube, jetzt mit dem Server können wir es auf jeden Fall aufnehmen. So, dann geht es jetzt langsam hier los, wo, ja, so, jetzt, jetzt fliege ich weiterhin in eure Richtung. Danke. Alter, jetzt geht es ab. Jetzt geht es richtig ab. Ich komme zu euch. Wow. 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 Ja, ich bin neben euch. Rechts neben euch. Ich sehe dich. Ja, sehr gut gelaufen, sehr gut gelaufen. Ja, ich nehme deinen kleinen Teil. Kleinen Moment. Moment. Uno Momentos. So, okay. Ja, passt. Und jetzt wird schön, genau, richtig schön hier eskaliert. Moritz, blitzig über mich, genau. Sehr schön. So, ich splitte auch ein bisschen hier. Ein, man, oh, jetzt geht es ab. Da vorne teilen Lichtle. Lichtle Team, okay. Gucken wir mal. Hier, ihr könnt mal einen kleinen Teil essen. Ja, warte. Jo, läuft. Jetzt geht es richtig los. Wow. Wow. So, wow. Sorry, Guso. Auf wie viel sind wir insgesamt? Ich bin jetzt auf 8000, Moritz. Ja, ja. Na, warte, 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 warte. Das ist nicht alles. Showmass. Ich bin jetzt auf 6700. Ja, ja, wir haben schon ganz gut. Das passt. Jetzt in welche Richtung? Ich habe Showmass an, aber das geht einfach nicht. Wunderfuck. In welche Richtung, Leute? Jetzt geht es. Auch einfach so ein bisschen around. Achtung! Feed, 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 feed. Da unten sind die, da sind relativ leckeres Fooding. Direkt straight ahead of us. Guso, ich gebe dir ein bisschen. Ja, danke dir, danke dir. Einmal zu mir splitten. Einmal zu mir splitten. Nochmal über mich drüber splitten. Nicht so. Nicht so. Ja, ich meinte einmal halt oben drüber. Runter, hoch, was, 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 was clever. Ich, ich, ich nehme mir schon mal das kleine Teil hier. Ja, genau. Pass auf, Guso. Ja, easy. Mach dich auf einen Fullsplit bereit. Okay, kein Thema, kein Thema. Ich fliege jetzt nach unten, mach dich für einen Fullsplit. Feed dir schon mal meinen unteren Teil, bitte. Ja, kleinen Moment. Jetzt so, warte. Sobald du sagst. Feed, feed, feed den kleinen Teil. Sonst kannst du keinen Fullsplit machen. Feed, 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 feed. Feed, 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 feed. Ich drücke dich. Ja, ich Fullsplit, Fullsplit, Fullsplit. Wow. Sehr schön. Hat gut geklappt. Sehr gut. Na, muss, muss einfach. Wir sind auf 18.000. Nice. Nice. Wo seid ihr ungefähr? Guso, komm her, schnell. Ja, ich bin direkt in dir. Komm her, komm her, komm her. Ich bin in dir. Ja, nee, fliege in die Mitte, fliege in die Mitte. Ach so, klar. Warte. So, jetzt nehme ich mal hier die Stellung ein. Oh yeah, läuft. Fuck. Nein, jetzt haben wir verkackt. Jetzt haben wir richtig verkackt. Meinst du? Ja, ich glaube, jetzt haben wir alles verloren. Easy. Warte, ich gehe mal ganz schnell. Ich töte mich mal schnell und gehe auf Spectate. Das will ich jetzt sehen. Ich hoffe, wir haben nicht verkackt. Oh, Marco macht. Hossa die Waldfee, Alter. Soll ich mich komplett wegsplitten? Nein, dann bist du tot. Okay. Dann Augen zu und durch. Ich kann nicht spectaten. Ich weiß nicht, warum, aber ich kann nicht spectaten. Augen zu und durch. Ah. Ah, er hat sich geteilt. Er ist ein kleiner, dummer Idiot. Er hat einen Teampartner, pass auf. Er hat, ja, aber er hat sich trotzdem einmal zu viel geteilt. Oh. Lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Hast du ihn? Nö, aber ich bin am abhauen. Weil ich, ah, jetzt hat er sich nochmal geteilt. Er ist ein kleiner Idiot. Warte. Oder will er mich nur ködern? Ich müsste dich nur irgendwie finden. Das ist das Problem. Ich bin ganz rechts. Nein. Ja, 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 ja. Wie er abgeht. Lichtle, wo bist du? Ich seh dich. Bist du das da? Ja, das bin ich, das bin ich. Die Bots fliegen gerade nämlich. Ich bin aber zu groß. Er kann mich, ich bin der Meinung, er kann meinen großen Teil nicht essen. Ja, wo bist du denn, Guzo? Rechts. Guck mal, Lichtle. Ja, ich weiß, dass du rechts bist. Unten rechts. Ja, ja, Guzo verkackert gerade. Aber Lichtle, einfach mal, du spielst so ganz normal, fliegst so rum, auf einmal hast du so 5000 Masse. Ja, was war denn jetzt los? Du hast es nicht gemütbekommen, doch, oder? Doch, klar. Schon. Wenn ihr mir jetzt so ein bisschen was geben würdet, wäre das ziemlich cool. Ja, bist du blau, bist du blau? Ja, ich bin da. Guzo. Ja. Guzo. Ja, 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 ja. Ich bin Fullsplit bereit. Und ich soll mich in dich reinsplitten. Ja, klar. Macht keinen High Risk jetzt, Alter. Warte, nein, doch nicht, doch nicht. Horsa, nein. Nein, nein, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Warte. Jetzt ist er aber geteilt. Ich fresse deine Teile. Ja, genau. Und jetzt los. Komm, wir kriegen Marco. Kannst du dich für den Splitten? Nein, kannst du nicht, oder? Nee, 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 nee. Und jetzt? Was machen wir? Samadhi. Alter, es ist richtig episch. Ich bin bei 21.000 Masse. What the fuck? Bist du? Ich bin bei Guzo, wa? Ich habe gerade Guzo auch nochmal ein bisschen gefeedet. Ja, genau. Und jetzt gehe ich einfach, ich probiere. Nein, ich wurde gesplittet. Nein, das war ich nicht. Ey, der frisst mich jetzt nicht echt. Was? Oh, ist der böse. Der frisst mich einfach. Ja, ja, ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich bin zwischen dir. Okay. Fiege mich mal ein bisschen hoch, Guzo. Sintel, hast du über dir noch Teile? Nein. Gut. Du... Ich fiege dich jetzt komplett hoch und dann machst du Marco klar. Warte, warte, warte. Was ist über dir? Nichts. Ich... Einmal nach oben, einmal hinter dich splitten und dann in mich rein. Hinter... Also nach oben, oder was? Wenn da keiner ist, einmal nach oben und dann in mich. Und jetzt in mich. Komm, ganz oft Leertaste in mich rein. Zack, zack, zack. Nice, nice, nice. Hopp, 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 hopp. Weiter, weiter, weiter. Leertaste drücken. Ja, sehr gut. Weiter, Leertaste. Okay, sehr schön. So, und jetzt machst du Marco klar. Moritz, der Loa-Clan ist wieder da. Nice. Ja, warte, Guzo, ich fiege dich gleich hoch. Ich habe erst mal unten unter uns Schimmern geholt, weil wir haben jetzt 24.000 Masse. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Unten rechts. 31.000 Masse habe ich gehört. Jetzt, jetzt, easy going. Jetzt gib mich richtig hoch und dann müssen wir Marco klar machen. Ähm, warte mal, ich bin gerade am überlegen, ob es geht. Warte, warte, ich... Ah, okay, du konntest den Virus fressen schon, okay. Äh, ich wurde aber oben gesplittet und muss mal ein bisschen mehr zwischen mich gehen, sonst fiege ich die ganze Zeit einfach nur meine Teile hoch. Oh, okay, schade, ich bin zu nah an euch. Jetzt gib mir, gib mir deine Masse. Das finde ich so klasse, dass du mich richtig... Teil dich für kleinere. Was? Teil dich für kleinere. Ja, okay, klar. Warte, bist du doch. Ich bin neben dir gespawnt, Lichle. Wow, er hat sie richtig zerstört. Er hat sie richtig zerstört. Nice gemacht. Mega gut. Du musst jetzt gerade mal einen von euch fressen, tut mir leid. Oh, ich habe Doppelautosplit kassiert. Lichle, ich bin neben dir. Guck mal, ich bin hier über dir, Lichle. Nein, rechts von uns. Ich fress dich wieder hoch. Siehst du mich? Ey, Moritz. Ich bin über dir, Lichle. Ich hoffe, es wird ein neuer Rekord. Ich bin über dir, Lichle. Hallo? Bist du noch da? Lichle, hier. Ich bin jetzt auf 48.000. Lichle, komm, hier alles in mich rein. Und dann machen wir... Ich bin über dir. Das ist schön, Moritz. Lichle. Ja. Aber ich fress den jetzt noch. Du sollst jetzt alles in mich reinschieben. Ich habe ihn ganz... Ich bin auf 63.000. Und jetzt gibst du mir alles her. Genau. Und dann machen wir eine große Bombe. Und dann lassen wir die Bombe splaschen. Ich würde sagen, das ist neues... Das erste Agario-Video, was kommt. Kleinen Moment. Kleinen Moment. Warte, warte, warte. Das ist das Agario-Gameplay, was kommt. So. Jetzt wird es lustig. Kleinen Moment. Genau. Oh. Doppel... Doppel... Erste Autosplit. Doppel Autosplit. Doppel Autosplit, ja. Triple Autosplit. Alter. So. Und jetzt? Ach du Scheiße. Guso, gibst du mir vielleicht wieder ein bisschen Masse? Logisch, logisch. Klar. Komm her. Kriegst du. Und die sind einfach noch so viele fette Leute, ne? Warte mal. Kann ich... Mach Splitting mich. Genau, genau. Wow. Mach, 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 mach. Feed mich. Feed mich. Ja. Feed mich. Feed, 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 feed. Ja, nice. Komm, 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 komm. Feed nach oben, feed nach oben. Ah, ja, klar. Achso, nicht. Split... Feed nicht splitten. Das hätte fatal ausgehen können. Easy. Ach du Scheiße. Hol dir den Scheiße. Wo ist da jemand? Ich seh nichts. Alter, die... Ist da noch irgendjemand Groß in der Nähe? Alter. Nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Links sind extrem viele Große. Alter, jetzt splitte ich mich durch die kleinen Viren nochmal. Komm her, komm her, Guzo. Komm her, Guzo. Nein, 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 nein. Okay. Komm her. Erstmal den großen, genau. Ja, dass ich schon mal einen großen wieder habe, ja. Ja. Ich glaub, so wird das was. Ja. Was? Ey, Auto-Dingsbums. Oh, hier, der Kleine unter uns hier jetzt. Der will jetzt hier richtig eskalieren. Geh zu ihm, genau, genau. Nimm da. Ja, 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 super. Jetzt splitte dich. Warte, splitte mich, splitte mich. Splitte mich. Was? Oh, zu viele Auto-Dingsbums. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Sehr gut. Vielen Dank. Alter, Alter. Jetzt kannst du mich wieder hochsplashern. Genau, läuft bei dich. Und jetzt müssen wir es richtig clever anstellen. Kommst du, kommst du vielleicht mal zu uns. Ja, das wäre clever. Eventuell. Ey, wir sind rechts unten in der Ecke. Da links. Kuso links. Links, links, links. Oh, immer ein Auto-Split. Richtig krank. Oh, oh. Oh, ich lebe noch. Ja, ja, noch. Warte, feed den in der Mitte von mir. Feed den in der Mitte von mir. So, ich schau mal, ob die hier teamfreundlich sind. Alter, es ist so krass mit dem Auto-Split. Das ist zu gefährlich. Links von uns sind extrem, ist ein Team. Und das sind hier. Kuso, vollsplit nämlich. Fullsplit. Ja, mach ich. Fullsplit. Ja, ist aber zu viel. Du machst gleich ein Auto-Split. Ich mach die ganze Zeit Auto-Split. Kuso, jetzt in meine mittleren, in die mittleren. Splitte dich in die mittleren. Ja, mach ich. Splitte dich. Los, 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 los. Kein Thema. Mehr, 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 mehr. Ja, ich hab ihn. Sehr geil. Wie viele Punkte? Oh, keine Ahnung. 60.000, irgendwie sowas. Ich bin über euch. Ich bin über euch. Moritz, wo bist du? Da bist du. Hier, ich geb dir den kleinen Teil. Warte. Da ist noch einer von denen. Moritz fliegt durch mich durch. Digga, über uns ist so viel. Nimm mal Nino. Nimm mal Nino. Warte, nimm mal Nino. Guck mal da, TYT Legend. Da. Ziehst du das über uns? Nein, gar nichts. Nee, du feedest gerade Nino. Du musst Nino fressen. Ich feed gerade Moritz. Ah, okay. Moritz, bist du bereit für Fullsplit? Ja. Alter. Oh, jetzt bin ich tot. Sorry, sorry, sorry. Es ist nicht schlimm. Ey, alles gut. Da. Komm her, Lichtle. Alter. Digga, vor uns ist so viel Masse. Ey, komm, das ist jetzt mal richtig eskaliert. Richtig geiler Scheiß. Moritz, nicht, 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 nicht. Oh, er peilt nix. Ich bin jetzt über dir. Er gibt mir doch gerade Masse, Moritz. Ja, ja, aber er soll nach oben, Digga. Da ist alles. Da ist alles. Da ist dieser Matja. Der ist sogar größer mittlerweile als wir, dieser Matja. Lichtle ist gleich gemein. Oh, hier. Hast du ein bisschen Masse. Da, komm. Da, Matja. Ja, Shadow, bitte. Jetzt hier Fullsplit in mich. Moritz, ich bin da. Ja, ich seh euch. Let us kill the wind. Hast du es bekommen? Ja, ja. Passt halt, oder? It's alright. Serverlink. Der Serverlink steht rechts oben. Sollte man darüber nicht reinkommen, dann heißt es... Man hat nicht gehabt. Nein, dann heißt es, dass der Server voll ist. Und ich glaub, Moritz hat gerade wieder 250 Bots an. Das heißt, der ist voll. Ja. Nö, nö. Doch hast du... Lüg nicht rum, Mann. Oh, yes. 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 Moritz, das sind definitiv keine 50 Bots. Shadow, jetzt mach Fullsplit. Das kannst du mir nicht erzählen. Ja. Lichtle, du kannst gleich wieder zurückkriegen, wenn du möchtest. Gott. Ja, gerne. Wir sind wieder auf 60k. Hab ihn geglädchert. Ja, gib mir mal die Masse, bitte. Ja, klar. Kriegste. Nee, nicht du. Achso. Ich mein Moritz. Easy. Moritz, pass auf. Ich komme zwischen euch durch. Ich kann mich nirgendwo... Ich kann mich nirgendwo... Yeah, das war geil. Ich kann meine Scheiß... Meine Scheißteile essen. Moritz, ich bin tot. Moritz, schreibt mir gerade in Skype, das ist ein Faker. Das ist nicht der echte. Waaah. Adolf Lichtle, Alter, genau. Das ist dein Faker. Das ist dein Faker. Moritz, ich bin über dir. Ich bin über dir. Direkt über dir. Feed mich. Sehr schön. Ja, genau. Ich bin auf der Faker. Alles klar. Es ist einfach mein... Diese Jax, splasher dich mal nach links. Adolf Lichtle ist weg. Was für ein Adolf Lichtle? Jetzt Lichtle, bete. Bete, Lichtle. Ich bete, ja. Pass auf, Moritz, wir holen uns jetzt Shadow. Hab ihn. Wow. Sehr gut. Dieser Fullstar. Lichtle, hier kannst du... Warte, warte, warte. Nimm dir erstmal mein kleines Zeug. Und dann kill mal gleich den Adolf Lichtle. Shadow schreibt gerade das... Oh, fuck. Sorry. Egal. Ne, das war's bei mir. Ich bin raus. Ich wünsche euch was.